König Felipe und Königin Letizia erleben einen stürmischen Empfang in Valencia. Bei einem Besuch der Hochwasserregion wurden sie mit Schlamm beworfen. Gemeinsam mit Regierungschef Pedro Sanchez wollten sie sich ein Bild der Lage machen. In der Gemeinde Paiporta trafen sie auf wütende Einwohner. Anstatt Dankbarkeit schlug ihnen Unmut und Frustration entgegen. Die Anwohner protestierten und warfen das Wassersandgemisch auf das Königspaar. Sicherheitskräfte versuchten, die Situation zu beruhigen. Berittene Polizeieinheiten wurden hinzugezogen, um Felipe und Letizia zu schützen. Die tragischen Überschwemmungen haben bereits über 210 Menschenleben gefordert. Viele Familien sind in Not und fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen. Der Besuch sollte ein Zeichen der Solidarität sein. Doch die Bürger kritisierten die symbolischen Gesten ohne echte Lösungen. Felipe und Letizia bemühen sich seit 2014 um Nähe zum Volk. Letizia, früher Journalistin, setzt sich besonders für soziale Belange ein. Sie besucht häufig Krisengebiete und spricht mit Betroffenen. Dennoch scheint das Vertrauen einiger Bürger erschüttert zu sein. In Zeiten großer Not fordern sie mehr als nur Worte und Besuche. Das Königspaar steht vor der Herausforderung, das Vertrauen wiederherzustellen. Ob ihnen das gelingen wird, bleibt abzuwarten. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich die Situation entwickelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020